ja hallo meine lieben bevor es uns kommentare kommentieren geht eine frage an euch und zwar der liebe robbie hat mir eine e mail geschrieben also erstmal hier grüße gehen natürlich auch an dich zurück da habe ich auch eine umfrage hier auf dem kanal link natürlich auch in der beschreibung und da könnt ihr mit abstimmen folgende idee ihr schickt mir eure cakewalk projekte zu ich höre da mal rein und die die ich am interessantesten finde die gehen wir dann hier gemeinsam durch wie das format ausschaut ob das jetzt auch gescriptet wird oder ob das dann zum beispiel live wird können wir da mal schauen und das heißt jetzt aber nicht dass ich dann nur die am besten klingendsten projekte dann hernehmen das ist dann eher so dass ich wahrscheinlich eher die projekte hernehmen wo es jetzt nicht so klingt und wenn man das dann fixen können hey wünsche euch einen guten rutsch happy mixing und gute kreative einfälle ganz liebe grüße aus gut und wiener ja liebe judy die grüße und die glückwünsche gehen natürlich an dich und alle anderen menschen die mich jetzt während den weihnachts und silvester neues feiertagen erreicht habe ich sage vielen lieben dank dafür es macht unglaublich spaß mit euch zusammen diesen kanal zu gestalten die tutorials zu machen die interaktion nicht dass jetzt dass wir heiraten sollten aber es passt schon mit uns da die song ja grundsätzlich auch immer gern alles gerne in die kommentare weil genau darum geht es ja jetzt heute wieder in diesem format im kommentare kommentieren wo wir natürlich eure fragen beantworten und eure kommentare kommentieren los geht's hallo hab mithilfe deiner videos jetzt mein cakewalk zum laufen gebracht und auch die ersten ergebnisse eingefahren noch mal großes lob dafür ja noch mal vielen lieben dank an ich der asio treiber macht mir noch probleme habe weiter unten in einem beitrag gelesen dass es nicht nur mir so geht mit asio for all noch mal asio for all ist eine krücke es macht damit nichts besser asio for all nutzt im endeffekt den windows eigenen treiber wasapi und wasapi kannst du extra auswählen das heißt im endeffekt wasapi ist wie asio for all nur mit weniger problemen ich habe als audio interface ein beringer umc 202 hd habe in einem deiner videos gesehen dass du den auch betreibst ist das teil mit asio kompatibel wenn ja wo gibt es denn den asio treiber von steinberg war bis jetzt so blöd in dem netz aufzustöbern liebe grüße aus dem rheinland dieter ja die da hast du völlig recht dass 202 hd von beringer kann echtes asio damit es das aber kann brauchst du die asio fähigen treiber und asio fähige treiber gibt es nicht von der firma steinberg die die asio zwar lizenziert aber ansonsten nichts damit zu tun hat wenn du ein audio gerät hast welches asio unterstützt dann brauchst du einen asio fähigen treiber vom hersteller in diesem fall beringer in der beschreibung habe ich einen link dazu verlinkt wo du auf die seite kommst und da brauchst du hier bei software den umc treiber und die umc treiber von beringer sand asio fähig ansonsten wenn ein gerät nicht asio fähig ist wirst du es mit keinem treiber asio fähig kriegen auch nicht mit asio for all besonders nicht mit asio for all und der dieter schreibt noch mal hallo gibt es für die tastenkürzel eine übersichtliche tabelle sind ja schon recht viele und im video geht es immer schneller als ich gucken kann liebe grüße dieter ja dann erst mal sorry dass ich so schnell laber also da gibt es aber lösung für alle das mache ich genauso es gibt youtuber die sagt mir zu schnell es gibt youtube das hat mir zu langsam und es ist natürlich immer schwierig für alle die richtige pace zu finden ich habe mich dazu entschieden ich rede so schnell oder langsam wenn man da schnobig wachsen ist wenn man in bayern so schön sagt das ist aber auch kein problem für euch wenn jetzt ihr sagt hey der andi labert mal zu schnell dann könnt ihr das in youtube unter der wiedergabegeschwindigkeit ändern nutzen um lästige keyswitches zu ersetzen einfach ein paar bahn ziehen die farbe gleich erkennbar und büsch aber zum anderen thema du wolltest ja außerdem noch wissen ob es eine übersichtliche tabelle gibt und ja die gibt es da aber ich auch hier wieder eine verlinkung habe ich ein pdf zum ausdrucken und achtung werbung wenn ihr wollt könnt ihr das auch als poster euch zuschicken lassen da setze ich euch auch ein link dazu das geht natürlich ganz zu unserem online shop und dort könnt ihr das dann bestellen deswegen werbung müsst ihr könnt natürlich auch einfach nur das pdf ausdrucken immer wenn man glaubt man weiß schon alles kommst du wieder wird was neun daher ja lieber hans martin sei froh dass ich euch immer was neues bringen und irgendwie wir werden wieder ehepartner mit einer scheiß daher kämpfen was man wieder passt so haben wir wenigstens miteinander was und es ist auch für mich wieder was gesagt da kann ich mich verbessern weil tatsächlich ist es so dass bei vielen mit der videos die ich dann produziere dann werden produzieren oder skript schreiben schauf feststellen so hey moment einmal das geht ja mit cakewalk habe ich gar nicht gewusst er gern wird lernt er gern zeit gespart also von dem her wir lernen beide was und wenn wir uns dabei noch gut verstehen kann umso besser wer mit einem zwei kanal von beringer anfängt also mit einem umc 204 hd der kam mit der verwendung des asio for all treibers unter windows dann einfach ein zusätzliches umc 404 hd mit einbinden und gleichzeitig verwenden in windows funktioniert dann auch ohne asio for all für die dhw braucht es den dann aber hatte dann null probleme und der gerätetreiber für beide soundkarten ist auch ein und derselbe ja da muss ich ein bisschen rein korrigieren also zum ehrenhaus direkt falls du aus irgendwelchen gründen mehr als ein audio interface gleichzeitig nutzen möchtest dann kommst du um wdm oder wasser betreiber nicht drum herum asio funktioniert immer nur mit einem gerät gleichzeitig und ich muss dir widersprechen asio for all nimmt nicht also voll haben wir ja vorher gekocht und ich werde es nicht noch mal ausführen asio for all ist nix gut für cakewalk und audio du 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 hast du hast ja mit wasabi schon eine du hast du mit dem wasabi treiber schon eine brücke zwischen cakewalk und audio interface und dann passelst du irgendwas dazwischen eine das ganze wieder fehleranfälliger und unflexibler macht hätte ich jetzt gesagt aber wenn es mal funktioniert braucht es ja nichts ändern wenn sie jetzt asio for all am laufer habt und es funktioniert gibt es keinen grunde zu sagen das muss jetzt alles rausreißen never change running system und wie auch amber hugo of hell geiler name übrigens schreibt das berger 1820 ist sogar class compliant funktioniert also treiberlos hast auch recht also wenn ich das gerät jetzt anstecke an mein pc per usb dann macht es und dann werden die treiber automatisch installiert und dann funktioniert das gerät im wdm und wasabi modus möchte ich asio nutzen was ich ja bei so einem gerät auf alle fälle empfehlen hat weil der treiber einfach besser ist weil nichts dazwischen funken kann dann holt sich die umc treiber oder dann eben von jeweiligen hersteller die asio fähigen audio treiber das war für mich bis gerade ein buch mit sieben siegeln das macht die arbeit viel leichter neujahrsaufgabe erst mal für alle fausties articulation maps anlegen ja lieber andy so von andy zu andy das habe ich tatsächlich jetzt gemacht zumindest für meine zum beispiel der native instruments prime base oder einer meiner lieblings faustiebeste und für die habe ich schon articulation maps gemacht ich werde jetzt da mal die tage wird man dann meine articulation maps auf unserer homepage zur verfügung stellen mache ich dann auch einen link hier in die beschreibung dass es alles übersichtlich dann hier in der beschreibung ist und wenn ihr dann selber mal articulation maps macht und findet die praktisch dann schickt sie mir doch dann kann ich dir bei mir auf der homepage auch mit zur verfügung stellen so ein bisschen als community miteinander was macht ihr habe gerade gesehen dass diese tutorials im großen musikerboard empfohlen wurden was manchmal für unsinn über cakewalk verbreitet wird ist faszinierend man muss seine e mail adresse hinterlegen datenkrake aber jedenfalls die registrieren das geht seine niere bei steinberg verpfänden klar ist doch industrie standard läuft noch manchmal kaum so wie gedacht nee ich bleibe nun bei cakewalk mal schauen was da dann kostet melodyne werde ich eventuell erwerben wollen ja lieber ollie manchmal habe ich das gefühl die leute möchten die software permanent schlecht drehen weil wenn du sagst weiß ja nichts kostet ja aber mit die daten ist ja ganz schlimm sag mal eine software oder eine app am handy am handy du da mal eine app drauf da kannst du und die kannst du nicht benutzen ohne dass sich zumindest mit dem google oder mit einem apple account amelst bei windows apps geht es ja gerade noch und klar die software kostet nichts weiter konnte passieren dass ich dann hergehe und sag ja da muss ich mir ist drin aber das registrieren kostet nichts und wenn es wirklich wenn es wirklich so ganz ganz schlimm führen ist dann holen wir halt so eine einmal e mail adresse da gibt es genug webseiten dafür und dann registriert ist und dann durch dann einmal offline aktivieren und dann kann es auch uneingeschränkt nutzen wenn eine diaw nichts kostet dann kann sie auch nicht viel wert sein das ist eben die denkweise der leute aber die ist falsch die besten und schönsten sachen im leben gibt es umsonst die sonne schickt uns keine rechnung den oder die ehepartnerin auch nicht luft zum atmen und so weiter ja das hast du sehr schön gesorgt wobei wenn ich die sonne weiter die schargel dafür verlangen aber da ich ja nicht die sonne bin biete ich zumindest meine cakewalk tutorials hier kostenlos für euch alle an aber du hast auch recht es ist oft dieser dieses mindset dieses naja das kostet nichts hier warum soll es dann irgendwas wert sein ich muss ja die anderen nicht davon überzeugen ja das ist auch nicht die aufgabe hier in meinem kanal dass ich sage abbiegen brechen ihr müsst uns alle zu cakewalk wechseln ich nutze die software seit über 25 jahr ich finde es unglaublich geil ich kann damit super arbeiten sie ist stabil ich kann damit alle meine projekte realisieren die ich möchte und es kostet nichts und wer sich dessen anschließen möchte ist herzlich eingeladen und wer aber dann lieber bei kubais logic und so weiter bleiben möchte bin ich bin ich ja nicht bis außer ihr wollt es und schaut es gut aus aber wenn es gut ausschaut ja nächste woche kommen dann ein paar videos auf euch zu ich hatte sie wieder neues kommentare kommentieren machen natürlich abhängig davon wie viel ihr kommentiert dann wird es noch ein video dazu geben wie ich cakewalk offline installiere und dann wie cakewalk offline es wird ein video dazu geben wie ich cakewalk offline aktivieren kann außerdem gibt es da noch ein video über so ein paar life hacks wie man mir die daten in cakewalk schneller bearbeiten und